Wer die Wahrheit nicht mag, der glaubt dem Wahlplakat. Leider lügt dies oft und das gedruckt. Mir tut der Mensch leid, der dieses schluckt. Der Schlaue geht los, denn er glaubt keinen Spruch. Seine Neugier ist groß und er hält es für Betrug. Er googelt im Internet, sieht Debatten im Fernsehen, liest Bücher, Zeitungen und andere Blätter, um das Ganze zu verstehen. Es gibt viele Medien, in dem Bereich musst du dich selbst betätigen, damit du weißt, ob sie deine Meinung voll und ganz bestätigen. Wir leben in einer Zeit, in der viele Informationen stehen bereit. Nur wenn du zugreifst, bleibst du gescheit. Also zum Schluss sei noch gesagt, und das mein Freund, verliere nicht. Traue kein Wahlplakat und informiere dich.